Und dann wollte mir der Bruder meines Freundes das Bagdad vor der Nase wegschnappen. Ist das aufregend genug? Ja, absolut. Darauf können wir sehr gut aufbauen. Was passiert denn jetzt? Ich werde jetzt mit der Redaktion sprechen. Und dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wir morgen anfangen können zu drehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht leicht für dich ist, mit so einem Problemfall von Mann. Ach, hallo. Ich bin Patricia. Und schon wieder weg. Ich bin Patricia. Und schon wieder weg.